Was ist das Besondere am Asklepios Campus Hamburg der Semmelweiß-Universität? Das Besondere am Asklepios Campus Hamburg der Semmelweiß-Universität aus Studentensicht sind sicher die kleinen Jahrgänge, die wir dann wiederum in Kleingruppen unterteilen von sechs bis acht Studierenden. Wir lassen jedes Jahr nur 60 bis 70 Studierende zu. Das bringt einen sehr interaktiven Unterricht mit sich. Das bringt dazu, dass die Studierenden vom ersten Tag an direkten Kontakt haben mit ihren Dozenten. Viele, die Vorlesungen halten, sind Oberärzte, Habilitierte, APL-Professoren. Das ist ein großer Vorteil und er hat sich in den zehn Jahren voll bewährt. Nach zehn Jahren und acht Jahrgängen, die die Ausbildung durchlaufen sind, können wir sagen, dass wir uns auf Augenhöhe mit unseren Wettbewerbern, mit den staatlichen deutschen Universitäten vergleichen können. Während der Ausbildung lernen unsere Studierenden zu 90 Prozent Dozenten kennen, die Ärzte bei Asklepios sind. Sie sind nachmittags für den praktischen Unterricht im Wesentlichen in den Asklepios-Kliniken unterwegs. Aber nicht nur. Wir arbeiten häufig und gerne und auch sehr gut mit Kliniken anderer Träger zusammen, auch mit dem Universitätsklinikum Eppendorf, auch mit Lehrpraxen. Während der Ausbildung also Asklepios an erster Stelle. Wichtig ist aber zu wissen, dass unsere Studierenden keine Verpflichtung haben, nach Abschluss des Studiums bei Asklepios zu arbeiten und umgekehrt gibt es auch keine Verpflichtung von Asklepios, Absolventen des Asklepios Campus Hamburg einzustellen. Sie tun das häufig und viele Studierende fangen bei Asklepios an, aber es gibt beiderseitig keine Verpflichtung. Unsere Studierenden kriegen nach erfolgreichem Abschluss ihres Studiums ein Diplom von der Semmelweiß-Universität. Dieses Diplom berechtigt sie zur Beantragung der Approbation. Acht Jahrgänge am Asklepios Campus Hamburg haben ausnahmslos die Approbation erhalten und können damit wie Absolventen von staatlichen deutschen Universitäten in den Beruf einsteigen und in allen Ländern der Europäischen Union oder auch sonst als Ärzte tätig werden. Das ist der formale Aspekt. Inhaltlich ist es so, dass wir nach zehn Jahren wissen, dass viele staatliche Universitätskliniken in Deutschland unsere Absolventen einstellen und dass unsere Dozenten selber sehr gerne die Absolventen einstellen, weil Sie wissen, es ist eine sehr solide Ausbildung.